Hallo Leute, ich bin es wieder, Saru von 846.de und heute mit Kappa Boxershorts und zwar bekommt ihr sie bei uns in einem 6er Pack geliefert oder eher gesagt in 2 3er Packs, wie man hier sieht. Ja, sie sind von Kappa und dann kommen wir auch gleich mal zum Inhalt, würde ich sagen. Und zwar habe ich für euch extra eine ausgepackt, hier in schwarz. Wir haben sie natürlich auch in anderen Farben oder Variationen bei uns im Shop, müsst ihr mal reinschauen. Und hier natürlich, was kann man dazu sagen, der Schriftzug auf dem Bund natürlich fällt gleich ins Auge. Und hier dieses Kappa-Logo auf jeden Fall auch. Ja, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein super Boxershort. Es ist aus Jersey und das Material ist aus 95% Baumwolle und 5% Elastan. Also ist es auf jeden Fall schön elastisch. Und das war es erstmal wieder von mir. Falls euch dieser Artikel gefallen hat, klickt einfach unten in die Videobeschreibung. Da führt der erste Link zu diesem Artikel. Das war es erstmal wieder von mir. Ciao und bis zum nächsten Mal.